Krippenwagen-Vergleich.de. Krippenwagen mit Elektromotor. Krippenwagen mit Motor gelangen immer größerer Beliebtheit. Gerade in Gegenden mit leichten, mittelschweren oder gar schweren Steigungen macht eine Unterstützung durch ein E-Motor Sinn, denn so haben die führenden Personen, welche den Krippenwagen zu ziehen haben, mehr Kraft für die anderen aufregenden Dinge, die Kinder bei einem Ausflug mit einem Krippenwagen mit sich bringt. Verschiedene Kinderbus-Modelle mit E-Motor. In dem Bereich der Krippenwagen mit elektronischem Antrieb dringen zwar immer mehr Hersteller vor, jedoch ist bislang nur sehr schwer an Informationen zu dem Thema zu gelangen. Deswegen haben wir hier die Hersteller ausgeführt, die uns Informationen zu ihren Produkten genannt haben. Die Modelle sind je nach Hersteller und Modell wahlweise als Viersitzer oder Sechssitzer zu erhalten. Seit November 2013 ist beispielsweise der Kinderbus aus dem Hause Weber, welcher 2014 mit dem Bayerischen Staatspreis für außergewöhnliche Handwerksleistungen ausgezeichnet wurde, erhältlich. Zubehör für Krippenwagen mit Motor. Je nach Hersteller ist auch für den Krippenwagen mit Motor verschiedenes Zubehör erhältlich. Angefangen von nützlichen Accessoires wie Sonnendach und Regenschutz über Babyschalen für die kleinsten und kuschelige Fälle für die kalten Tage. All das ist sinnvolles Zubehör, welches in einer Kita oder bei einer Tagesmutter nicht fehlen sollte. Was kostet ein Krippenwagen mit Motor? Für einen elektrisch beschriebenen Krippenwagen muss man schon recht tief in die Tasche greifen. Wohl auch ein Grund dafür, warum man bisher diese Modelle noch rar in freier Wildbahn zu sehen bekommt. Aber gerade in Gegenden die Steigung vorweisen, kann sich ein solches Invest lohnen, um den Körper zu schonen. Die verschiedenen Preise der von uns recherchierten Modelle anbei in der Tabelle. Worauf sollte ich beim Kauf eines Krippenwagens mit Motor achten? Wie bei den Modellen ohne Motor sollten vor allen Dingen auf das Thema Sicherheit geachtet werden, denn schließlich tragen sie die Verantwortung beim Transport der Kinder. Umso wichtiger ist bei Krippenwagen mit Motor, dass die Bremsen und dessen Funktionen funktionstüchtig sind. Das ausgewählte Modell sollte über mehrere unabhängig voneinander funktionierende Bremsen verfügen. Zudem sollte das Modell über eine Notbremse verfügen. Außerdem sollten sie die Akkulaufzeit und die Ladezeit des Elektromotors beachten. Schlecht wäre es schließlich, wenn sie einen Ausflug planen und das gute Stück nicht geladen ist oder sie unterwegs kein Saft mehr haben.